Hi, Alex wieder von Wicked Vacations. Unter unseren Videos, vor allen Dingen jetzt bei dem Asien-Trip, haben einige Leute gefragt, wo wir die Wohnungen her haben bzw. einige Leute da haben uns gefragt, ob das Hotels sind, wegen den Dachpools. Nein, alle Wohnungen haben wir bei Airbnb gebucht. Wir haben vor, ich glaube, zwei Jahren das erste Mal bei Airbnb gebucht und super Erfahrung damit gemacht und wenn man einmal auf diesem Trip ist, versucht man immer als erstes wieder da. Ja, was ist kurz, was ist Airbnb? Airbnb ist eine Seite, wo Leute ihre Wohnungen anbieten, Zimmer anbieten, die ihr dann quasi mieten könnt und das Ganze so ein bisschen aufgebaut wie eBay. Ah, wie eBay war jetzt ein bisschen schlechter Vergleiche, aber ihr habt so ein Bewertungssystem, wo ihr quasi dann die Leute bewerten könnt, die Leute euch bewerten. Ich zeige euch das jetzt gleich mal. Ja, ich kann es eigentlich vorweg schon mal nur empfehlen, weil ihr für das, was ihr bezahlt, viel mehr geboten bekommt als in jedem Hotel. Aber ich zeige euch jetzt erst mal kurz am Laptop, wie die Seite aufgebaut ist und dann gucken wir mal weiter. Also, ja, also ihr seid jetzt hier auf der Hauptseite von Airbnb. Wenn ihr auf Airbnb.de geht, kommt ihr dann quasi auf diese Seite. Hier unten werden dann quasi euch ein paar Ziele vorgeschlagen, die euch angucken könnt, aber normal weiß man ja, wo es hingehen soll. Also habt ihr hier euer Ziel. Wir nehmen jetzt mal als Ziel New York. Okay, cool. Wann wollen wir hin? Gehen wir erst mal irgendwas an. Meistens habt ihr ja vorher die Schnäppchenflüge schon gebucht. Wie ihr die findet, habe ich ja in einem der vorigen Videos erklärt. Ja, wählt dann zum Beispiel aus 12.11. bis 18.11. eine Woche für zwei Personen. Klickt dann auf Suchen. So, dann hat sie sich die Seite geladen. Ihr habt dann hier auf der rechten Seite so eine Übersicht, Übersichtskarte von Google Maps von New York, was auch immer ganz gut ist, weil ihr direkt sehen könnt, wo einzelne Wohnungen dann sind. Aber gucken wir erst mal weiter hier. Also ihr könnt dann wählen zwischen ganzer Unterkunft. Das ist dann ein ganzes Zimmer, ganzes Haus, eine ganze Unterkunft. Privatzimmer ist dann meistens einer verbietet seine Wohnung und ihr habt in der Wohnung dann ein eigenes Zimmer. Das kann mit Badezimmer sein, ohne Badezimmer sein. Müsst ihr euch dann die Beschreibung genau durchlesen. Da kommen wir aber auch gleich noch drauf. Oder gemeinsames Zimmer. Das ist dann sowas wie ihr pennt mit mehreren Leuten. Bisschen wie Couchsurfing. Ihr pennt mit mehreren Leuten, teilweise in einer Wohnung oder so. Wir nehmen meistens ganze Unterkunft, wobei in New York bietet sich auch Privatzimmer an. Habt dann hier so einen Preisspannregler, wo ihr dann einstellen könnt, wie viel ihr bezahlen wollt. Und diese grauen Balken zeigen euch die Durchschnittspreise, die in New York natürlich nicht gerade so günstig sind. So greifen wir mal. Beispielsweise grenzen wir jetzt mal einfach irgendwas ein. Genau so. Und dann werden euch hier unten, wie ihr sehen könnt, schon Wohnungen angezeigt. Ihr habt dann quasi bei den Wohnungen hier den Preis vorab. Können die Bewertungen sehen. Also 5 Sterne Bewertung wäre das höchste. Und wie viele Leute schon da waren. Seht ihr daran, dass 13 Bewertungen abgegeben sind. Und Bewertungen abgeben ist quasi Pflicht und macht eigentlich jeder. Weil auch eine Bewertung zurückhaben will, logischerweise. Ähm, dann gibt es Wohnungen, die haben diesen Blitz. Das bedeutet, die Wohnung kann sofort gebucht werden. Bei denen ohne Blitz müsst ihr quasi immer Daten anfragen und dann warten, bis die Person, die die Wohnung vermietet, euch dann quasi das okay gibt und dann das an den Tagen nicht da ist. Da, wo ein Blitz ist, das könnt ihr quasi sofort buchen. Also, ihr geht drauf, sagt den und den Datum. Okay, ist frei. Buchen, bezahlen, fertig. So, dann habt ihr das sofort. Ähm, bieten natürlich nicht andere an. Ähm, ja. Was ganz gut ist, ich finde, man sollte sich vorher mal ein bisschen informieren, wo man hinfährt, ähm, so wie das mit den Lagen aussieht, damit man ungefähr weiß, wo man hin will. Sagen wir mal, wir wollen jetzt ganz dekadent oben, ähm, die Nähe des Central Parks. So. Dann haben wir hier, zeigt er uns jetzt, ähm, Wohnungen schon an, ne? Da, wo der, äh, Punkt ist, da sind die ungefähr nicht die exakte Adresse, damit da nicht irgendwelche Leute hinfahren und einbrechen oder so, aber ungefähr plus minus ein paar hundert Meter wahrscheinlich sind diese Wohnungen. Ähm, ja, ihr könnt dann entweder hier euch halt eins direkt draufklicken, dann habt ihr dieses Vorschaubild und könnt auch hier die, die Bilder durchklicken. Ähm, ansonsten habt ihr natürlich hier die Möglichkeit schon mal grob drüber zu scrollen, was euch anspricht. Äh, wir suchen uns jetzt mal irgendeines aus. Äh, was nehmen wir denn mal? Das sieht gut aus. So. Klickt dann da drauf, weil euch dafür interessiert, dann öffnet sich das in einem neuen Fenster. So. Jetzt habt ihr hier quasi die Bilder, die ihr dann durchklicken könnt. Ähm, ihr habt hier eine kurze Beschreibung. Ja, klar. Die Beschreibung des Zimmers. Wie viele Gäste, wie viele Betten. Ähm, ihr habt hier eine Übersicht der Preise. Preise pro Nacht. Ähm, ob noch Reinigungsgebühr einfällt oder nicht. Ähm, Servicegebühren erhebt Airbnb selbst. Da hat der Vermieter nichts mehr zu tun und den Gesamtbetrag und könnt dann quasi Buchung anfragen. Wie gesagt, bei Sofortbuchungs, äh, Wohnungen würde dann, könntet ihr sofort buchen. Ähm, ja. Hier runter habt ihr dann quasi alle Infos über die Wohnung. Also, was für ein Zimmer? Wann könnt ihr rein? Das kann aber auch meistens noch mit der Person speziell abgesprochen werden. Äh, was für eine Ausstattung habt ihr? Ne, sowas wie WLAN interessiert ja doch die meisten heutzutage. Ähm, ja, dann eine Beschreibung der Wohnung habt ihr hier. Wo liegt meistens, wo liegt die Wohnung? Wo ist man schnell? Ne, was, 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 was so wichtig ist? Wo wohnt ihr? Wenn es ein, ähm, Privatzimmer ist, was hat das Privatzimmer? Äh, und so weiter. Dann habt ihr hier die Hausregeln. Also, was ist nicht erlaubt, meistens ist Rauchen nicht erlaubt, keine Tiere erlaubt, sowas. Ähm, und ja, hier unten habt ihr dann die Fotos, der Wohnzimmer und was ganz interessant ist hier darunter die Bewertung. Hier seht ihr schon 107 Bewertungen und 4,5 Sterne, was extrem gut ist. Und, äh, dabei macht ihr, zum Beispiel bei dieser Wohnung jetzt würdet ihr gar nichts falsch machen. Ähm, erzähle ich aber später noch was zu, wo man drauf achten sollte. Ähm, könnt dann hier halt die Bewertungen lesen, die die Leute abgegeben haben und seht, wann die Leute da waren. Ähm, ja, und wenn ihr hier unten drauf klickt, über den Gastgeber, Na, könnt ihr hier, habt ihr hier nochmal eine Übersicht, ähm, was für Sprachen spricht der, wo kommt der hin? Manche schreiben hier noch ein bisschen ihre Lebensgeschichte auf, so wo sie herkommen, wie lange sie schon da wohnen und so weiter. Ähm, genau. Ähm, ja, das war's schon im Großen und Ganzen. Dann drückt ihr auf Buchen, Anfragen oder Bucht. Und das war's. Ihr könnt, einen Moment, hier unten könnt ihr auf Nimmkontakt auf, auch mit der Person dann persönliche Nachrichten, äh, schreiben vorab, bevor ihr überhaupt irgendwas gemacht habt, könnt ihr schreiben, so ist das und das möglich, können wir das und das machen. Wir haben einen Flug um 3 Uhr nachts, können wir, äh, ist da jemand da und so weiter und so weiter. Das könnt ihr vorab klären. Ähm, ja, soweit dazu. Jetzt, ähm, kurz dazu, worauf man achten sollte. Also, ich würde darauf achten, dass generell, logischerweise, die, äh, Wohnungen gute Bewertungen haben. Ähm, wie viele Bewertungen die haben, also, ich würde mal so ab 5, 6 positive Bewertungen im nahen Zeitraum, also nicht ein Jahr alte Bewertungen, sondern, ne, ein paar Monate alte gute Bewertungen, ähm, kann man das auf jeden Fall schon machen. Dann sieht man auch sofort, ich meine, das kennt jeder von so E-Bail-Bewertungen, ähm, Inseraten, manche schreiben da rein, hi, verkaufen iPhone. Punkt. So, klingt nicht super ansprechend und nicht super seriös. Genauso ist es hier aber quasi auch. Man sieht an der, ähm, Mühe, wie viel Mühe sich der, die Person gemacht hat, um die Wohnung in zu inserieren, ähm, und was sie geschrieben hat und wie ausführlich das ist, ähm, kann man schon ein bisschen einschätzen, ähm, wer das ist. Wie gut sind die Bilder, was für Bilder sind das und so weiter und so weiter. Ähm, ich finde auch, äh, es ist immer ganz hilfreich, einfach mal die Person zu kontaktieren, wie gesagt, hier ganz unten, nimm Kontakt auf, ähm, um, äh, einfach mal zu gucken, wie lange braucht die Person, bis sie antwortet, wie schreibt die Person, ähm, kriege ich die Infos, die ich haben möchte und, äh, dann natürlich einfach auf sein Bauchgefühl verlassen. Lief alles reibungslos, spricht mich die Wohnung an, ist der Preis okay, ähm, die Punkte, die ich gerade genannt habe, sind die okay und, äh, da macht man mit Airbnb nix falsch. Ähm, sollten doch mal Probleme auftauchen, ihr bekommt von Airbnb eine Servicehotline, die ihr quasi 24 Stunden weltweit anrufen kann, die ich selbst schon mal, äh, aber nur aus Informationszwecken in Anspruch genommen hat und die ist, der Support ist echt genial, also, ähm, ähm, die Leute, die da arbeiten, sind super hilfreich, ihr könnt zurückgerufen werden, wenn ihr im Ausland seid, die rufen für euch die Leute an, bei denen ihr die Wohnung gebucht habt. Ihr habt, ihr habt da keine Telefonstimme elektronisch irgendwie, bitte bleiben sie drei Stunden in der Warteschleife, du rufst an und, äh, wirst direkt durchgestellt und, ähm, ähm, also so einen guten Kundenservice habe ich bei, bei noch, äh, keinem Unternehmen gesehen. Ich meine, ähm, deshalb bei so einer Art von Portal ist es auch wirklich, ähm, von Vorteil sowas zu haben. Wie gesagt, ich muss das jetzt noch nicht in Anspruch nehmen, aber, ähm, ich kann auf jeden Fall sagen, dass man im Zweifelsfall da kompetente Leute hat, die einem, äh, helfen dabei, das zu regeln. Ähm, ja, das war's zu Airbnb, ähm, ich packe unten in die Beschreibung, äh, noch einen Link, wenn ihr euch darüber anmeldet, ähm, bekommt ihr 20 Euro Guthaben, ähm, wenn ihr euch angemeldet habt, könnt ihr dasselbe machen, ähm, ja. Ja, gut, also wie gesagt, ähm, checkt das mal aus, man kann, äh, wenn ihr die Asienvideos von uns gesehen habt, ihr könnt richtig, 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 richtig gute Wohnungen, äh, bekommen für das gleiche Geld, was ihr für ein Hotel bezahlt und, äh, bei weitem mehr davon rausbekommen als, äh, in einem Hotel. Ähm, gut, das war's, ähm, wenn ihr noch weitere Fragen habt oder irgendwas noch unklar ist oder ich schlussgelabert habe, äh, schreibt es uns. unten in die Kommentare, dann, ähm, antworte ich da drauf, äh, beziehungsweise mach noch mal ein neues Video, um dann das vielleicht noch mal ein bisschen genauer zu erklären. Äh, ich hoffe, ich habe euch geholfen und, äh, wie gesagt, checkt's aus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.